Hallo, mein Name ist Taiko, ich betreibe zusammen mit Marie die Seite Magdeburg-Vegan.de und wir haben uns überlegt, dass wir einfach mal ein paar Videos drehen wollen, um Rezepte und Produkte vorzustellen und um Tipps zu geben für den veganen Alltag in Magdeburg. Als erstes soll es um das Thema Nachhaltigkeit gehen, dazu werden wir auch verschiedene kleinere Videos drehen, weil es einfach so ein riesiges Thema ist und heute geht es im Speziellen um das Thema Plastik und Plastikvermeidung. Ja, wer kennt das nicht? Nach dem Einkauf packt man zu Hause den Einkauf aus und der Plastikmüll ist so gut wie voll, weil noch mal extra alles in Plastik verpackt ist. Und das ist nicht nur ärgerlich für uns, sondern hat auch extreme Auswirkungen auf die Natur. Beispielsweise sterben jährlich 100.000 Meeressäuger und eine Million Seevögel, weil sie das Plastik fressen oder sich in ihnen verfangen. Selbst in Nord- und Ostseelanden jährlich tausende Tonnen Plastikmüll. Und bis Plastik einmal abgebaut ist, können 400 Jahre vergehen. Davor zerfällt es ein sogenanntes Mikroplastik, das sind winzig kleine Plastikteile, die dann unter anderem auch im Meer unterwegs sind und von Fischen gefressen werden. Laut WWF ist das sogar so, dass durchschnittlich auf ein Quadratkilometer Meer 46.000 Plastikteile kommen. Und das ist natürlich extrem. Doch nicht nur auf die Natur, sondern auch auf unseren Körper kann Plastik negative Auswirkungen haben. Das Ausgangsmaterial von Plastik ist Erdöl. Und damit Plastik die gewünschten Eigenschaften hat, müssen noch verschiedene chemische Stoffe hinzugegeben werden. Das sind Füllstoffe, Stabilisatoren oder auch Weichmacher. Und BPA ist zum Beispiel so ein Weichmacher, der in vielen Plastikflaschen vorkommt. Und BPA kann sich bei hoher Hitze von der Verpackung lösen und in den Packungsinhalt übergeben. Und das kann zum Beispiel schon passieren, wenn man im Sommer die Wasserflasche im Auto liegen lässt. Man sollte das Wasser also danach nicht mehr trinken, weil möglicherweise BPA enthalten ist. Denn Studien zufolge kann BPA negative Auswirkungen auf den Körper haben, zum Beispiel die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen. Aber BPA kann auch Diabetes, Leberprobleme oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen fördern. Und damit das nicht passiert, gibt es ein paar tolle Alternativen, die wir euch jetzt mal vorstellen wollen. So zwischendurch hat sich hier Besuch angeschlichen, nämlich unsere kleine Amy, aber sie soll uns natürlich nicht weiter stören. Kommen wir also zu den Tipps. Das erste, was man morgens und das letzte, was man abends macht, ist sicherlich, sich die Zähne zu putzen. Und dafür benutzt man eine Zahnbürste, die üblicherweise aus Plastik besteht. Aber auch dafür gibt es inzwischen Alternativen, nämlich Zahnbürsten aus Bambus. Und diese kann man entweder im Internet bestellen oder man bekommt sie auch in der Bio-Lounge in Magdeburg zu kaufen. Wir selbst haben sie auch schon ausprobiert und waren eigentlich sehr angetan, weil man merkt keinen großen Unterschied zur Plastiksandbürste. Der nächste Tipp ist hier diese Glasflasche. Denn wir waren da schleppenleid und weil man so bequem ist, nutzt man dann nochmal das Leitungswasser und es funktioniert. Also das machen wir schon jahrelang so und in den meisten Orten in Deutschland ist es auch so, dass das Leitungswasser Trinkwasser Qualität hat, also warum es nicht als solches nutzen. Wer sich unsicher ist, kann man es auch testen lassen und es gibt sogar spezielle Wasserfilter. Und um auf Plastikdosen zu vermeiden, eignen sich hier solche Gläser perfekt. Darin kann man entweder was transportieren zum Mitnehmen zur Arbeit oder zu Hause, um nochmal was zu verstauen, was schon angefangen ist. Funktioniert auch bestens und ein Glas fällt ja eigentlich immer an. Wir haben mittlerweile auch einen ganzen Karton damit voll, von daher auch super praktisch. Als Alternative zur Tupperdose oder anderen Dosen aus Plastik gibt es hier diese Edelstahldose von EcoBox. Diese hat jetzt hier zwei Ebenen, da gibt es aber auch zig verschiedene Varianten von. Wir haben auch noch eine zweite in rund und diese besteht aus drei Ebenen. und die untersten beiden Ebenen haben auch einen Dichtungsring, so dass man sogar flüssige Sachen transportieren kann, die dann auch praktischerweise in der Box bleiben und nicht in der Tasche verschüttet werden. Wer Bio-Obst und Bio-Gemüse holt, sollte dies in Biolagen tun, weil in anderen Läden werden die Sachen oftmals noch in Plastik verpackt und das ist natürlich eine extreme Verschwendung. Außerdem hat der Biolagen der Vorteil, dass das Obst und Gemüse oftmals regional bezogen wird und da es unverpackt ist, kann man sich die Menge mitnehmen, die man dann auch wirklich braucht. Nächstes Jahr macht in Magdeburg ein Unverpacktland auf, dafür gibt es auch schon eine Facebook-Seite, auch die packe ich unten mal mit in die Infobox, damit ihr euch schon mal informieren könnt. Da kann man dann einfach mit seiner Box oder seinem Glas hingehen und sich Sachen abfüllen, z.B. Haferflocken und hat so überhaupt keinen Verpackungsmüll. Das war es dann erstmal mit den Tipps, falls ihr Fragen haben solltet, schreibt uns einfach und vielleicht machen wir dann noch ein Video zum Thema Plastik. Und wen das Thema Plastik noch mehr interessiert, der sollte sich Plastik Planet angucken, eine Dokumentation, in der es in erster Linie um die Auswirkungen auf die Natur geht und den Bericht Lehm ohne Plastik, das Experiment, auch den packe ich unten in die Infobox. Da geht es dann in erster Linie um die Gesundheit und die Auswirkungen von Plastik auf den Körper. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann!